Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder vielleicht sogar neu auf meinem Kanal. Heute möchte ich gemeinsam mit euch trotz tränendem und juckendem Auge in eine Box schauen bzw. eine Bestellung von mir schauen. Einer Box, die ich mal wieder mir geschnappt habe und zwar von YouTryMe. Die Box habt ihr schon häufiger bei mir gesehen und ich kaufe mir die unheimlich gerne nach. Gerade wenn ich dann auch wieder von YouTryMe gelockt werde und ich konnte eine Umfrage ausfüllen, ich glaube es hat drei Minuten gedauert, und ein Produkt bewerten, was ich mir in den vergangenen Boxen bestellt habe und habe dann sieben Euro Gutschein bekommen, den ich einlösen konnte auf diese kleine von mir zusammengestellte Box. Wer YouTryMe nicht kennt, vielleicht kurz zur Erklärung ist, ist eine Box, die man sich halt selbst zusammenstellen kann und das für einen richtig coolen Wert. Also normal 29,95 kostet die regulär. Ihr findet aber auch hier und da, so wie ich jetzt auch mit diesen sieben Euro, einen Gutscheincode oder Prozente oder sowas. Da könnt ihr auch einfach googeln und könnt dann noch ein bisschen was abstauben. Sieben Euro waren für mich sehr verlockend, gerade wie ich gesehen habe, welche Produkte es so gibt und vielleicht habt ihr auch Interesse dran. Dann verlinke ich euch die Seite auf jeden Fall mal unten. Ich finde, es lohnt sich eigentlich immer, gerade wenn man weiß, was man sich für das Geld bestellt. Die haben Beauty, die haben für Haustiere Sachen, die haben richtig spannende, coole Lebensmittel, wo ich wirklich schon ein paar Favoriten her habe und man kann sich so richtig schön durchschlemmen, durchprobieren und ja, meine Box ist ein bisschen kleiner wie sonst, aber sie ist mega schwer, Leute. Ich kann sie gar nicht lange hochhalten. Ich würde sagen, Schärchen am Start und wir machen das Ganze mal auf, damit ihr mitschauen könnt, was bei mir dieses Mal mitgekommen ist. Wie gesagt, normal 29, ich glaube 95 und ich finde auch, man kriegt da echt immer viel von. Die liebe Birgit hatte mir, glaube ich, auch geschrieben. Wenn man wirklich mittlerweile die Preise bedenkt, wenn man einkaufen geht, also ich glaube, das geht an uns allen nicht vorbei, dass man wirklich vor manchen Produkten steht, die man sonst immer gekauft hat und auf einmal sind die um einiges teurer geworden und man hat so einen kleinen Warenkorb voll und bezahlt trotzdem sehr viel. Also das ist bei uns allen, glaube ich, nichts anderes und deswegen finde ich das eine ganz coole Alternative, um wirklich für diesen Preis sich was zusammenzustellen, weil sie hat so schön geschrieben, also wenn sie manchmal bedenkt, was sie nur im Einkaufswagen hat für 30 Euro, ist das hier schon richtig, richtig cool. Ich öffne jetzt erst mal meine Box und dann bin ich gespannt auf eure Kommentare, ob ihr denkt, das lohnt sich. Wie gesagt, so hin und wieder gerade mit den Extra-Prozenten immer eine coole Sache. Ich habe hier einmal wieder das wie gewohnt dieses Füllmaterial und wir starten gleich mit einer Sache, die ich super, super lecker finde, schon ausprobiert habe, schon mehrfach nachbestellt habe und ich habe mir nochmal mitgenommen das Fitness-Dressing, diesen Mix von Just Spices. Die haben echt leckere, leckere Dressings und auch leckere Gewürze und das konnte man sich dann reinfüllen. Ihr habt immer so einen, ja, einen großen Balken und den könnt ihr mit Produkten füllen, die jeweils immer so einen Platz von dem Balken einnehmen. Je nachdem, welche Größe und welches Produkt ihr reinmacht und natürlich auch nach Wert, füllt sich dieser Balken und ihr könnt so lange in euren Warenkorb reinpacken, also quasi euren Warenkorb, bis dieser Balken voll ist. Das hier nimmt nicht viel Platz weg, deswegen auf jeden Fall nochmal mitgekommen. Wir haben hier ohne Zucker ein leckeres Salat-Dressing und das einmal, ich habe hier gar nicht, ich hätte euch, soll ich mal, ich habe ich, da fällt es schon wieder, ich wieder, ne. Ah, ich wollte gerade sagen, ich schwenke euch mal in meinen Chaos-Bereich hier ein, damit ihr vielleicht was mitgucken könnt. Ich habe nur diese kleine Ecke hier, wo ihr was sehen könnt und ihr seht es vielleicht. Deswegen bin ich immer so groß vor euch, weil ich halt in so einem kleinen Dachgeschoss, Eckchen sitze und meine Beauty für euch auspacke. Hier auf jeden Fall einmal das Gewürz, aber dann könnt ihr immer so ein bisschen mitgucken hier, ne. Dann, oh Gott, die sind so lecker, Leute, die sind so lecker. Ah, ich suchte sie. Und Schatzi hat, glaube ich, ich glaube, ich Egoist, ich sag's euch, aber die sind echt lecker und die habe ich immer alleine weggeknabbert. Also, Schatzi mag zum Glück auch nicht so gerne Gummibärchen. Ich liebe Gummibärchen, gerade, wenn sie so lecker sind wie die von Trolli de Squiggles. Also, manchmal hat You Try Me auch so richtig coole Aktionen, wo ihr 10 Päckchen oder sowas auch noch gratis mit dazu kriegt. Da müsst ihr auch immer schauen, statt einem Gutschein oder sowas. Immer coole Gratis-Aktionen auch dabei. Also, wenn hier mal so eine Aktion wäre, so 30 Päckchen gratis mit dazu, wäre ich auch sofort am Start, weil die sind super, super lecker. War ich auch voll froh, dass es die noch gibt, weil man, die Sachen wechseln sich natürlich immer ab. Die habt ihr schon mal bei mir gesehen. Und natürlich sind die wieder mitgekommen. Dann habe ich mitgenommen ein Wässerschen, ein kleines Wässerschen zum Trinken. Das hatte ich noch nicht mit Zitrone. Ich hatte aber die anderen davon, ich weiß gar nicht mehr, äh, Ingwer, irgendwas, glaube ich was. Müsst ihr mal in dem anderen Video, was ich euch gezeigt habe, äh, von der letzten Box reinschauen. Das ist echt lecker. Sie sind echt, also ich mag Wasser mit so ein bisschen Geschmack sehr gerne. Und das ist einmal mitgewandert, auch wenn es ein bisschen kleiner ist. Ich glaube, wir haben hier, ja, 0,2 Liter. So praktisch, um sich das mitzunehmen. Gerade, wenn ich hier mit meinem kleinen Schnuffelpups, ähm, meinen Hund, der bestimmt gleich, wenn er das wieder knistern hört, auch noch angestürmt kommt, unterwegs bin für in die Handtasche oder beziehungsweise in die Tasche, die ich dann immer mit habe für seine Leckerlis und meine Leckerlis. Immer sehr, sehr praktisch. Und wie gesagt, das ist sehr lecker. Dann geht es weiter. Ich, wenn ich hier, ich muss ganz vorsichtig sein. Was ich nämlich auch mitgenommen habe, ist natürlich, und das ist das, was ich sage, Es gibt natürlich auch für unsere kleinen Lieblinge immer was. Und da habe ich mir die mal mitgenommen. Jedes einzeln konntet ihr reinlegen, denn ihr könnt von jedem Produkt, was angeboten wird, immer nur eins in den Warenkorb hacken. Aber wenn es verschiedene Sorten gibt, könnt ihr halt von jeder Sorte was reinpacken. In dem Falle, ich bin sehr gespannt, ob er es lieben wird. Ich kann euch schon mal sagen, dass hier ein kleiner Mann sehr, sehr zufrieden ist mit dem Filetstücken. Gräle und einmal in Thunfisch für Hund und Katze. Könnt ihr die nehmen? Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, er wird es lieben. Auf jeden Fall die drei. Einmal für den anderen kleinen Schnuckiputz, der noch nicht angestürmt kam. Dann geht es weiter. Und deswegen muss ich euch das Video auch trotz Augenentzündung unbedingt dann auch abfilmen. Das ist nämlich eine sehr coole Sache. Wir haben auch frische Produkte, die wir uns mitnehmen können. Nicht immer, aber häufiger. Und dann kommen die in so einem kleinen Frischepack. Das sieht man auch, dass der gekühlt ist. Und wenn man das aufmacht, das ist ein frischer Siegel, steht drauf, packt mich aus, mache ich. Und dann kommt das nämlich gleich in den Kühlschrank. Und das ist halt echt mit so einem, ja, mit so einem Eis-Pack gekühlt. Die finde ich übrigens, also die zählen für mich eigentlich auch als Produkt, weil die richtig cool sind, auch wenn man sich mal irgendwo gestoßen hat, sich die einmal in die Gefriertruhe oder so zu packen. Und wenn dann irgendwas ist, oder auch zum Einkaufen sind die richtig cool. Die sind nämlich immer mit dabei, um die Produkte, die natürlich gekühlt sein müssen, zu kühlen. Und das merkt man auch. Das ist immer noch, das ist in der Mitte, immer noch gefroren, immer noch schön kalt. Ist so ein Gel hier drin. Und wie gesagt, kann man natürlich auch weiterverwenden. Und das ist da drin, weil ich mir mitgenommen habe. Ich bin mega gespannt, wie das schmeckt. Veganer Bacon mit Chili. Das finde ich sehr, sehr interessant. Also wirklich, veganen Bacon hatte ich noch nie probiert. Das Ganze noch mit Chili. Das könnte echt lecker sein. Wird bestimmt trotzdem schön knusprig und frei von Zusatzstoffen. Ist von Billy Green. Die Marke habe ich noch nirgends gesehen. Muss ich mal nachschauen. Also auf jeden Fall einmal das hier mit drin. Dann geht es weiter. Das ist, ja, weiß ich nicht. Ist das interessant für euch? Ich habe auf jeden Fall mitgenommen. Einmal hier von Cotonel feuchtes Zulissenpapier. Das ist manchmal ganz angenehm. Und auch für Schatzi ganz angenehm. Da habe ich noch mal welches aus dem Lidl, was wir gerne verwenden. Da habe ich noch mal anderes, was wir auch gerne verwenden. Jetzt wollte ich das einfach mal austesten. Und habe das mitgenommen. Ist Hyperallergen und parfümfrei. Und ja, das werdet ihr vielleicht auch hier über den Aufgebrauch-Videos sehen. Da packe ich ja auch mal gerne hier. Wenn es irgendwas Spannendes zu berichten gibt über Toilettenpapier, packe ich euch das natürlich auch immer mit in meine Aufgebrauch-Videos. Dann geht es weiter. Sieht man überhaupt diesen kleinen Berg? So, ne, noch nicht so richtig. Weiter geht es mit etwas. Und das kann Schatzi gerade sehr, sehr gut gebrauchen. Der kränkelt nämlich auch ein bisschen rum. Ich habe es schon etwas hinter mir. Bei diesem Wetterumschwung hier die ganze Zeit. Einmal sitzt man hier schwitzen. Einmal im Pulli. Auf jeden Fall habe ich hier mitgenommen von Emsan Bad Emsa Pastillen. Haltstabletten mit Zuck, ohne Zucker und mit Holunder. Bei Halsschmerzen, Hustenreiz und Heiserkeit. Auch gerade wenn es dann wirklich dem Winter entgegen geht, muss man sowas auch im Haus haben. Also bei uns geht es schon vorher, denke ich mal, weg. Sechs Stück sind hier einmal mit drin, aber die fand ich mega praktisch und habe die auch einmal noch mir geschnappt. Dann ist mitgekommen, da bin ich gespannt, wie die diesmal schmecken. Quinoa Pasta Fusili von Bio von Coronila. Ja, ich und wieder die Markennamen. So sehen die einmal aus, ganz wie normale Fusilis. Ein bisschen heller und die sind halt irgendwie mit Quinoa. Drei Portionen sollen das sein. Ich liebe diese Portionsangabenaufpackungen. Also ganz ehrlich, ich habe das so oft, da steht eine Portion und ich denke mir, nee, das ist noch nicht eine halbe. Naja, wir haben hier auf jeden Fall mal die Packung. Da gab es auch noch verschiedene Sorten und auch Spaghetti. Die habe ich erst mal nicht mitgenommen, weil ich erst mal die ausprobieren wollte, weil mir diese ein, oh, Linsennudeln waren, das meine ich. Die haben mir auf jeden Fall nicht geschmeckt. Hier haben wir übrigens 250 Gramm Eimer mit drin. Also ein Portionchen für mich von denen. Sind bio, sind vegan, sind glutenfrei und möchten ausgetestet werden. Dann einmal ist mitgekommen und das zeige ich euch auch gleich im Doppelpack, weil da gab es jetzt noch mal eine andere Sorte von. Ja, ich mag Thunfisch unheimlich gerne. Und ich bin nicht so der große Fischesser, aber Thunfisch liebe ich. Einmal die zwei habe ich mir mitgenommen. In Aufguss Natur ist einmal hier und einmal in Sonnenblumenöl. Auf jeden Fall von der Deutsche See Fischmanufaktur. Von 185 Gramm sind da übrigens mit drin. Super lecker. Und ich liebe Thunfischnudeln auch. Also so eine richtig leckere Thunfischsoße. Und da passt das wunderbar. Kann ich mal noch mal kochen und habe hier meinen Thunfisch gleich am Start. Einmal die zwei auch mitgekommen. Dann geht es hier. Ich glaube jetzt, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch alles da reingepackt habe. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das habe ich euch nicht aufgehoben. Das war so lecker, Leute. Ich habe das so gesuchtet. Da muss ich auch unbedingt schauen, wo man das kaufen kann. Ich liebe das. Das hat so lecker geschmeckt. Das habe ich nicht auf einmal getrunken. Das habe ich mir ja schon mal mitgenommen. Und für mich war es safe, dass ich mir das nochmal schnappe, weil ich das echt mega gut fand. Golden Oat, Kurkuma und Ingwer ist hier mit drin. Plant Magic und Co. heißt die Marke. Ein Hafermix-Trink. Ich fand den vom Geschmack her auch mega, mega lecker. Und habe den echt ein bisschen gesuchtet. Nichts für Schatzi. Für mich, wie gesagt, sehr lecker. Und deswegen bin ich auch gespannt. Und das habe ich beim letzten Mal mich nicht mitgenommen. Wie das hier schmecken wird. Das ist nämlich eine andere Variante davon, die ich noch nicht getestet habe. Und die ist mit Matcha, Oat, Moringa und Ingwer. Einmal die zwei kleinen. Das hier, wie gesagt, ist so voll mein Geschmack. Und super lecker. Ich bin gespannt, wie das andere schmecken wird. Dann sehe ich hier einmal an der Seite noch meine kleinen Kaffeegenüsse, die ich mir noch geschnappt habe. Die gab es nämlich in Cappuccino und Macchiato. So ein kaltes Kaffeegetränk. Quasi einmal von Rauch. So sehen die aus. Einmal, wie gesagt, in Cappuccino. Einmal in Macchiato. Ich mag sowas super gerne. Ihr wisst von meiner kleinen Kaffeesucht. Deswegen, natürlich kamen die auch einmal mit. Ich habe hier schon wieder gar keinen Platz mehr. Aber es wird hier fleißig dabei gequetscht. Und dann habe ich hier noch etwas sehr Eingepacktes. Und das sind zwei Tuben. Einmal, oh, die ist so lecker, Leute. Ich liebe diese Marmelade. Das ist von Marmotube. Einmal die Brombeer Marmelade, die es dort auch gab. Ich kenne die schon. Ich habe die schon häufiger gegessen. Und die ist super, super lecker. 220 Gramm ohne Kerne und Fruchtstücke. Ich finde die auch super, wenn ihr irgendwelche Soßen macht oder so. Und ihr braucht so ein bisschen dieses Süße da rein. Ist das auch eine mega Marmelade, mit der ihr super kochen könnt. Und dann praktisch in diesem Spender. Und wie gesagt, die schmeckt echt, echt lecker. Da habe ich mich sehr gefreut, dass es die dann auch quasi zum Einladen in den Einkaufswarenkorb gab. Und dann habe ich von Mutti. Von Mutti gibt es einmal noch Tomatenmark. Und zwar zweifach konzentriert und gleich mit Gemüse drin. Da bin ich auch sehr gespannt, ob das schmeckt. Einmal dieses Teilchen, wenn wir gerade hier beim Kochen sind und so. Dann kommen die nächsten zwei Teilchen einmal hier raus. Und das sind solche, ich habe keine Ahnung, Getränke. Ich bin auch super gespannt. Vielleicht sind die auch so ein bisschen wie das, was ich euch eben hier schon gezeigt habe. Das sind nämlich Oat Drinks. Und da muss ich mal schauen. Wie gesagt, wenn wir hier, ich werde mich hier fleißig durchtesten. Und wenn mir hier was super gut schmeckt und dann vielleicht schlage ich auch wieder zu, ist ein Bio-Mango-Getränk, also eine Mango-Latte und einmal eine Bio-Kokos-Latte. Das Ganze ist mit Matcha noch einmal drin. Kann man auch mitnehmen. Hat hier so eine Öffnung, wo man sich das dann quasi direkt trinken kann. Aber was gut verschlossen ist, das Ganze sollt ihr gut schütteln. Ich bin super interessiert daran, ob das schmeckt. Da ist auch Koffein mit drin. Und hier haben wir so ein Koffein-Level von 2 bei der Kokosnuss. Und bei Mango haben wir Koffein-Level 1. Also ich bin super, super gespannt, wie das schmecken wir. 235 Milliliter übrigens. Da gibt es auch noch andere Sorten von, wenn euch das interessiert. Von Hakuma. I don't know. Ich liebe es. Also da sind viele Sachen drin, die ich einfach nicht kenne. Und die so ein bisschen den Entdeckergeist immer wecken. Auch, also ich bin da ja auch bei Lebensmitteln immer so als kleine Entdeckerin unterwegs. Und probiere mich da auch gerne, gerne durch. Und wie gesagt, man findet dann das ein oder andere, was man echt gut findet. Und als letztes gibt es für mich noch etwas zum Ausprobieren, zum Trinken. Und zwar ein veganer Trink, Blaubeer und Zitrone von Probst. Das ist ohne Alkohol. Ich dachte erst, es wäre vielleicht mit Alkohol. Aber das ist eine Blaubeer-Zitronen-Limonade. Da bin ich auch mega gespannt drauf. Das wäre jetzt gut, wenn wieder kein Pulliwetter ist und ich im T-Shirt da sitze. Das mal schön gekühlt stelle ich mir richtig, richtig lecker vor. Und die Box ist leer. Ihr habt einmal mitgeschaut. Und hier stapelt es sich schon wieder. Ich zeige euch noch einmal schnell, weil das Ganze muss natürlich auch wieder runter, ab in die Küche, die ganzen Sachen. Und damit ihr das nochmal so ein bisschen im Schnelldurchlauf einmal mitverfolgen könnt. Wie gesagt, selbst für 29 Euro noch was oder knappe 30 Euro, finde ich, das ist schon viel, was man sich da halt schnappen kann und ausprobieren kann. Also ich freue mich hier auf ein paar Sachen richtig, das zu testen. Gerade hier die zwei. Ob das hier schmecken wird, dann wie gesagt, hier muss mein Hund einmal für euch testen. Die sind schon sowas von approved, weil die sind mega, mega lecker. Hier bin ich auch sehr gespannt drauf. Und hier hinten ist noch einmal der Thunpich. Und Leute, das Ganze, wie gesagt, für einen super Preis. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran gehabt. Vielleicht seid ihr auch schon fleißiger You Try Me Käufer. Also ich finde es immer super spannend. Gerade wenn dann immer neue Produkte reinkommen. Und ich stöber dann immer so von Zeit zu Zeit mal rein und gucke, was es so Neues gibt. Und freue mich dann auch teilweise, wenn es dann noch alte Schätzchen gibt, die man sich nachschnappen kann. Ich habe mir auch dieses Jahr, da bin ich auch mega gespannt drauf, den You Try Me Adventskalender bestellt. Bin gespannt, wann er bei mir eintrifft. Auch da kann ich euch vielleicht mal den Link unten reinpacken, wenn ich ihn finde. Mache ich das natürlich gerne. Ansonsten hoffe ich einfach, ihr hattet Spaß an dem Video. Wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder vielleicht Mittag. Je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Verabschiede mich an dieser Stelle und gehe gleich mal testen, ob mein Hund, der einfach nicht angedackelt kam, obwohl es hier geknistert hat, seine Filetstückchen mag. Drücke euch alle und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und nächsten Video wieder. Bis dahin, ihr Süßen. Macht's gut. Tschüssi. Tschüssi.